versucht sich zu drücken drücken wir gleich mal war scheiße er ist direkt auf mir drauf ja ja ich sehe ja dann sehr gut niemand kann kann ich ausnutzen wenn du nutzlos bist ne das ist richtig ja wo ist denn der jetzt und wo schießt er denn auf dem dach hier kommt ja 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 Alter! Ich versau den jetzt so im Spiel. Ich renne durch den Wald, mit meinem Schweinesteak. Und es geht verdammt weit runter. Ja, da sind Roboter. Selbst wenn wir den Sturz überleben sollten, Slava, du bist ein Opfer. Bist du tot? Noch nicht? Dümme Missgeburt. Das ist so ein Schuss. Und raus, und raus, und blöd, und blöd. Oh! 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 Und hier, hinter der Wand, da, quasi. Ich will was sagen, Ace, Alter! Boah, voll in Arsch! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ich will meine Sieg Gun! Nö! Wow! Oh, ich bin spürös! Oh! Achtung, Palme! Hab ich gesehen! Unerwarteterweise! Aktion, Reaktion! Gleich Null! Oh nein! Eingeparkt! Wow! Ich komme übrigens nicht mehr raus! Wie ist denn das jetzt passiert? Das ist es! Das ist es!